Willkommen zurück bei City Car Driving, hier ist Fabi und heute, nachdem wir jetzt die letzten drei Folgen High Power SUVs getestet haben, habe ich mal was anderes für euch, nämlich den Jaguar XFR mit Heckantrieb, 5 Gang Automatik, 510 PS, 4,9 auf 100, 5 Liter Hubraum, 250 Spitze und da es den in echt auch nur mit Automatik gibt und der auch im Spiel nur mit Automatik implementiert ist, fahren wir ihn auch als Automatik logischerweise. So, Wetter ist alles wieder in Ordnung und wir sehen uns gleich wieder auf dem Parkplatz. So, das sind wir schon mit dem Jaguar XFR. Ja, 3D-Modell ist wieder top, sieht gut aus. Alles stimmig, ich habe ihn jetzt mal wieder in einem Schwarz genommen, sieht halt immer schön neutral aus. Innen, so, typisch Jaguar. Ich weiß nicht, ob es die Chrom-Embleme wirklich gibt in dem Modell, aber naja, gut. Wir lassen ihn mal an. Klingt ein bisschen eigenartig. Also für den V8 klingt das ein bisschen komisch. Naja, gut. Wir schnallen uns auf jeden Fall an. Wir lösen die Handbremse. Und dann fahren wir mal rückwärts hier raus. Sei ruhig. Gucken wir mal, wie er sich so fährt. Hm, hat halt nur 5 Gänge. In der Automatik. Aber es geht. Ja, ja. So, das war jetzt mal ein bisschen typisch Englisch. Oh, Fußgänger. Da haben wir mal eine Vollbremsung hingelegt. Ja, Jaguar. Der fährt sich eigentlich ganz gut. Was hat der denn da vor? Fahrt zugekommen. Ich fahr jetzt erstmal wieder auf die Autobahn. Wie immer es immer so machen. Werden wir eine mal ausfahren. So, jetzt drehe ich mal wieder drauf. Kommt ein bisschen lasch unten raus. Und man merkt den Heckantrieb. Oh. Boah, ich krieg den nicht mehr unter Kontrolle. Erstmal warten hier. So. Da muss man mit dem Jaguar höllisch aufpassen, wegen dem Heckantrieb. Er schiebt schon wieder über die Vorderachse. Ich bin ja mal gespannt. Den möchte ich nämlich meine Mutter kaufen. Also nicht diesen, sondern den 3 Liter V6 Diesel. Das könnte interessant werden. Wenn sie das wirklich macht, gebe ich ihr noch was dazu. Ich will den auch fahren. Könnte nicht lustig werden, das Teil. Oh, 250 hat er gleich. Jetzt kommt eine Kurve, da bricht er mir wieder aus. Dank dem Heckantrieb. Ah, das war die Leitplanke. Fahren wir jetzt durch. Oh, scheiße. Oh, zur Hölle, ey. Gas vorsichtig antippen. Wir fahren hier mal raus. Also, 260 waren jetzt drin. Aber das ist ja jetzt hier der V8 mit den 510 PS. Aber so ein Fahrzeug kann man sich ja in echt nicht leisten, weil ich glaube, der liegt bei 95.000 Euro in dem Dreh. Da hatten wir aber noch keine Ausstattung. Ja, ich bin bei Rot rüber gefahren, ich weiß. Ich wollte jetzt bloß nicht schon wieder an der Ampel warten. Und den, ja, den 3 Liter V6 Diesel, den kriegt man dann halt doch auch mal für so 60.000 mit Ausstattung. Das ist dann natürlich ein bisschen was anderes. 41.000 Euro. Das wäre noch ein Zweitwagen, was da die Differenz ist. Aber man muss hier in der Stadt höllisch aufpassen mit dem. Zumindest hier im Spiel. Denn der schiebt so sehr über die Vorderachse, dadurch, dass die Hinterräder durchdrehen, durch die enorme Power, dass er, ähm, ja, teilweise unmanövrierbar wäre. Ihr habt es auf der Autobahn gemerkt. Wir machen nochmal einen Test. Ich gehe mal in die Außenansicht. Und wir halten hier mal an. Und gucken mal hier seitlich. Und jetzt latsche ich dann mal drauf. Ihr seht's, wie der hinten durchgeht. Und da kann man auch wunderbar, wenn man dabei lenkt und dann voll drauf tritt. Kann man nämlich diesen hier wunderbar machen. Wenn da nicht so eine blöde Laterne im Weg wäre. Aber so ein bisschen das ist das Schöne an einem Hecktriebler. Schümm und Schümm. Wir versuchen es jetzt mal ein bisschen sportlich hier durch die Stadt. Erstmal Gas nur antippen. Das finde ich halt am Jaguar richtig geil mit dem Heckantrieb und der enormen Leistung. Aber da kriegen wir später auch noch Kandidaten rein. Ach, nicht schon wieder eine Aufgabe hier. Ja, jetzt wollte das Heck leider nicht kommen. Ja, wir haben die Fußgängerin da leider überfahren. Weil das Heck nicht kommen wollte. Das ist natürlich blöd. Wir fahren jetzt hier mal einen heißen Reifen in der Stadt. Naja, also irgendwie kommt das Heck nicht bei der Kiste. Wenn's soll. Nur wenn's nicht soll immer. Denn eigentlich müsste er dann, wenn man im Kurven Scheitel Vollgas gibt, eigentlich für Ausbrechen. Und diese blöden Lampen, die geben mir auch noch den Rest hier. Da fahren wir halt ein wenig durchs Grüne. Okay. Hier ist eine unsichtbare Wand. Dann fahren wir halt doch nicht durchs Grüne. Immerhin gibt's ein Schadensmodell. Dem haben wir den Kotflügel eingedellt. So, wieder gerade ziehen. Uah. Das war zu viel Gas. Das merkt man sofort. Wir stehen hier in der Parkbucht. Das ist auch nicht schlecht. Wir müssen mal schnell wenden. Und der ist halt am laufenden Band. Nur noch am Durchdrehen. Das ist mal eine Einbahnstraße. Deswegen kommt mir da einer entgegen. Aber es ist halt schwierig mit dem Heckantrieb von der Kiste. Äh, also irgendwie will das Heck nicht kommen. Komm, rückwärts. Und so wird's halt schwierig. Wenn das Heck schön ausbrechen würde, könnte man es sauber rumziehen um die Kurve. Aber so. Schum. Fahr mal weg mit deiner M-Klasse. Ne, das ist... Weiß nicht. Weiß nicht. Er ist ziemlich schwierig zu fahren. Entschuldigung. Zumindest, wenn man hier ein bisschen aufs Gas tritt. Jetzt müsste man es ja schön sehen. Ja, er dreht nur hinten durch. Und das ist halt das Problem, mit dem ich jetzt die ganze Zeit kämpfe hier. Der Heckantrieb. Ja. Einmal, wenn man zu viel Gas gibt, dann ist er halt weg. Ich hab gedacht, jetzt könnte es mal was werden, aber ne. Da war dann der Gegenverkehr. Naja, gut. Nochmal schnell vor die Lampe. Ich würde sagen, ich parke den jetzt hier. den X-F-R. Und dann beende ich diesen Part. Also er ist halt leider schwer zu fahren. Was schade ist, da er eigentlich Power ohne Ende hat. Aber tja, er kann diese Power leider nicht auf die Straße bringen. Und leider gibt's die Physik vom Spiel auch nicht richtig her, mit ihm zu driften, weil dafür wird er sich halt anbieten. Aber ihr habt's gesehen, es klappt nicht so wirklich, weil irgendwie greift das Spiel komisch mit ein oder die Physik gibt's halt echt nicht her. Nun gut. Also, das war jetzt der Jaguar X-F-R. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und tschau, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi. Bis zum nächsten Mal.